Was macht für dich Arbeiten bei Rendered App besonders? Das Thema Freiheiten, also dass man hier sich eben halt so entfalten kann, wie es zu einem passt. Das Frühstück morgens bei Rewe. Ohne, dass es zu abgedroschen klingt, aber die Schnelligkeit. Man kriegt immer die Unterstützung, die man braucht und die man möchte. Dass verschiedene Menschen aufeinandertreffen. Also für mich ist sehr besonders der Umgang miteinander. Ich bin dran. Wie sieht dein perfektes Frühstücksbrötchen bei Rendered App aus? Das habe ich mir tatsächlich bei einem Arbeitskollegen abgekauft. Das ist Leberwurst mit Senfdrübe und einer Gurke drauf. Ein halbes Brötchen mit Leberwurst nehmen. Schön mische ich Senf drauf und die Gurke. Also ich greife gerne zur Butter. Ich würde sagen, meins ist tatsächlich relativ klassisch gehalten. Aber wir essen ja auch Nutella hier, oder? Ja, die Papallen. Ich würde gern veganer Käse oder veganer Aufschnitt oder so. Brötchen mit Avocado. Ja, ich kriege da auch immer so ein bisschen Futterneid, wenn alle ihre coolen Brötchen machen mit Avocados drauf, Tomaten, Gurken. Du kannst eine Nacht an einem Rendered Standort feiern gehen. Welche Stadt suchst du dir aus? Hamburg. Ja. Ich sage jetzt einfach mal Berlin. Habe ich Bock drauf. Echt? Ja. Einfach weil Köln, muss ich gestehen, hier sind wir zu versoffen. Aber darum geht es ja. Das ist für mich halt ganz leicht, weil als Urkölner, ich kenne die ganzen Kölner Lokalitäten. Ich würde auf jeden Fall in Köln feiern gehen. Ja, aber in Berlin ist es dann auch saufen, oder nicht? Da gibt es gar nichts zu überlegen. Ist es ein anderes Feiern in Berlin? Ist ein anderes Saufen. Ja, definitiv. Ich bin ja in Hamburg zugezogen, deswegen würde ich hier bleiben, solange bin ich noch nicht da. Ich glaube, ich würde Hamburg nehmen. Echt? Warum? Stumpf. Stadt. Kölner halt versoffen sind, oder? Nö, da können wir mithalten. Beim Sommerfest Letzter oder beim Frühstück die Erste? Ich neige ja eh immer dazu, der Letzte zu sein. Du bist auf jeden Fall beim Sommerfest die Letzte. Auf Anwand kann ja auch beides. Mich findet man in irgendeinem Einkaufswagen auf der Straße liegen. Ich bin nie die Letzte auf einer Party, dafür werde ich zu schnell müde. Sommerfest, ich werde auf jeden Fall der Letzte sein, der von der Party geht. Wie sieht Arbeit aus, die dich glücklich macht? Ich mag gerne bunte, kreative, vielfältige Sachen. Viel Freiraum, viel Freiheit. Eben jeden Tag entscheiden zu können, ob Homeoffice oder Büro. Ich würde sagen, für mich persönlich jetzt nicht zu monoton. Vielfältige Arbeit. Ja, also ich weiß gar nicht, ob Arbeit das ist, was dann im Leben glücklich machen muss. Dass man das machen kann, worauf man Bock hat, also das Arbeiten nicht Arbeit ist, sondern irgendwie so eine Art von Selbstverwirklichung. Nein. Sehr Homeoffice orientiert auf jeden Fall. Genau. Was ist dein Hero-Dish? In Klammern. Dein Essen, das du mit Sicherheit gut hinbekommst, wenn du Besuch bekommst. Oh wei. Ein halbes Brötchen mit Butter. Das wäre dann auf jeden Fall eine Lasagne. Also so eine schön selbstgemachte Lasagne von A bis Z. Mit. Ich wollte erst mal hören, was du zuerst sagst, was er darunter deutet. Dein Essen, das du mit Sicherheit gut hinbekommst, wenn du Besuch bekommst. Ich glaube die Tortilla-Raps. Also am liebsten mache ich eigentlich so Buffet-Sachen, so wenn ich ein paar Leute eingeladen habe, dass es dann viele kleine Dinge gibt. Ne, ich bin da immer so, wenn so, ja, weil wir heute Abend zusammen essen. Ich so, ja, voll gerne. Was bestellen wir? Bei mir jetzt mein Hero-Dish Thai-Curry. Also dein Date freut sich, ja? Das ist mal hier. Mett-Igel klingt immer oder so ein Käse-Igel. Yoga im Büro. Wie gut bist du auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, ich mache eigentlich oft mit. Ich dachte am Anfang, ich bin gut, aber meine Waden sind so kurz offensichtlich gesehen und alles. Da geht gar nichts. Puh. Aber ich muss von der Minus 5 wegkommen. Bei Nina sieht das immer so einfach aus und ich denke mir so. Also ich bin nicht gut, weil ich immer super lange Sportpausen habe. Aber ich strebe die Zähne. Mal gucken. Ne Acht. Was? Entweder oder. Ins Büro. Jogginghose oder schick machen. Die Art und Weise, wie ich mich mit meinen Bergenwäsche auseinandergesetzt. Ich besitze keine Jogginghose. Geil. Karl Lagenfeld wäre stolz auf dich. Schick machen ist ja auch so eine subjektive Sache. Ja. Oberkörper muss dann immer irgendwie gut sein, wenn du Teddys hast. Und das ist egal. Simon, habt ihr meine Teddyjacke schon gesehen? Also ich war eine ganze Zeit lang in Jogginghose im Büro. Nehmen Sie nochmal. Warte, warum sollten Leute zu uns ins Team gehen? Woher wusstest du das? Also ich finde, das fühlt sich irgendwie nicht nach, oh fuck, ich muss arbeiten gehen an. Sondern so, cool, ich treffe nette Leute. Also Familie beschreibt es sehr gut. Irgendwie sind wir so eine Art Studentenverbindung mit den genügenden Art an oder Maß an Professionalität. Und das ist so ein bisschen was, was uns aufmacht. Also zu mir als Team sollte man kommen, weil man es mag an ziemlich vielen verschiedenen Dingen gleichzeitig zu arbeiten. Was ist deine Lieblingsaktivität in zehn Minuten Laufweite um das Büro? Zur Info, hier sind sehr viele Restaurants um die Ecke. Off-camera, am Wort, Cocktails und Rauchen. Aktuell, wenn es so ein Weihnachtsmarktgedönster von der München steht. Pause machen quasi. Pause machen. Meine Lieblingsaktivität ist Pause machen. Und Rauchen zählt nicht dazu? Ich rauche ja nicht. Ich weiß gar nicht, ich gehe sehr gerne zu Saturn. Ich gehe manchmal einfach zu Saturn und gucke mir Sachen an. Es gibt so ein kleines koreanisches Restaurant hier die Straße runter, wo ich tatsächlich noch nie war. Aber was mich sehr, sehr reizen würde. Welche Angewohnheit im Homeoffice würdest du im Büro niemals ausleben? Nebenbei One Piece gucken. Wie so ein Wettermann mit schickem Hemd vor der Kamera sitzen, aber keine Hose. Ich würde da rauchen. Ah, okay, ja. Jetzt habe ich mich auch gleichzeitig auch alle outet. Ich habe die Angewohnheit dann immer zu lang zu schlafen und dann so kurz vorher irgendwie an den Schreibtisch zu fallen. Nee, ich kuschle mich dann ins Bett und dann arbeite ich da so. Dann kann ich auch richtig vier Stunden Arbeit. Ok. Ich gebe das noch kurz weiter, ja. Halt einfach ues